Bio-Lebensmittel werden immer beliebter, aber lohnt sich der höhere Preis wirklich? In diesem Video schauen wir uns die Vor- und Nachteile von Bio-Lebensmitteln an und ob sie wirklich gesünder sind. Nummer 1. Was bedeutet Bio? Das Wort Bio steht für biologisch und bezieht sich auf Lebensmittel, die ohne den Einsatz von chemischen Düngermitteln, Pestiziden und Herbiziden angebaut werden. Bio-Lebensmittel werden auch ohne Gentechnik produziert und es werden keine Wachstumshormone oder Antibiotika eingesetzt. Nummer 2. Sind Bio-Lebensmittel gesünder? Es gibt einige Studien, die zeigen, dass Bio-Lebensmittel im Vergleich zu konventionell produzierten Lebensmitteln höhere Nährstoffgehalte aufweisen können. Zum Beispiel können Bio-Produkte höhere Anteile an Vitamin C, Eisen und Antioxidantien enthalten. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der Unterschied nicht immer signifikant ist und dass weitere Studien notwendig sind, um diesen Zusammenhang zu bestätigen. Nummer 3. Sind Bio-Lebensmittel sicherer? Bio-Lebensmittel werden ohne den Einsatz von chemischen Pestiziden und Herbiziden produziert, was das Risiko von Rückständen dieser Substanzen in den Lebensmitteln verringert. Auch der Verzicht auf den Einsatz von Antibiotika bei der Tierhaltung kann das Risiko von Antibiotika-Resistenzen verringern. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Bio-Lebensmittel nicht vollständig frei von Schadstoffen sind und dass weitere Studien nötig sind, um den Zusammenhang zwischen Bio-Produkten und Gesundheit zu bestätigen. Nummer 4. Lohnt sich der höhere Preis? Bio-Lebensmittel sind oft teurer als konventionelle Lebensmittel, da der Anbau und die Produktion aufwendiger sind. Ob der höhere Preis sich lohnt, hängt von den persönlichen Vorlieben ab. Wenn es einem wichtig ist, Lebensmittel ohne chemische Rückstände zu essen und umweltbewusst zu handeln, dann kann der Kauf von Bio-Produkten sinnvoll sein. Wenn man jedoch ein begrenztes Budget hat, kann es sinnvoller sein, auf konventionelle Produkte zurückzugreifen. Halten wir also fest, Bio-Lebensmittel sind eine gute Option für Menschen, die Wert auf eine umweltbewusste und gesunde Ernährung legen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der Unterschied zwischen Bio- und konventionellen Lebensmitteln nicht immer signifikant ist und dass weitere Forschung notwendig ist, um den Zusammenhang zwischen Bio-Produkten und Gesundheit zu bestätigen. Wir hoffen, dass dieses Video hilfreich war und würden uns über deine Meinung und Erfahrungen zum Thema Bio-Lebensmittel in den Kommentaren freuen. Abonniere unseren Kanal, um weitere Videos zum Thema Ernährung und Gesundheit zu erhalten.